so und damit herzlich willkommen zu einem neuen video auf beatle gang heute habe ich mal wieder was recht spannendes für euch vorbereitet und zwar ich muss es hier leider so mit der hand filmen nicht mit stativ weil es ist ja gerade recht unpraktisch ich habe kein stativ zur hand und es ihnen kein langes video ich wollte nur kurz sagen von meinen trichogon post diesen sehr sehr seltenen nashornkäfern ja was wie soll man sagen mist nashornkäfer also dynastidei aber sie ernähren sich halt von von dung teilweise deswegen sage ich einfach so ein gemisch kommt es für mich vor aus riesen und mistkäfer auf jeden fall das gezeigt die tierweiz das männchen mit dem prächtigen horn und hier habe ich boxen vorbereitet und zwar einmal eine kleine box mit dem substrat was ich für sie hergenommen hat mit laubwelt hummus mit holzstücken drin unten sind doch noch mal große holzstücke ja hier ist eine l1 larve drin die habe ich jetzt da rein platziert konnte ich leider nicht mit meiner waage wiegen da die so klein war meine waage nicht so genau ist dass ich die jetzt wiegen konnte aber ja dann habe ich hier einmal eine größere box mit zwei l1 larven mit normal sage ich mal fermentierten flake soll so 46 45 monate alt hier sieht man eine larve das ist jetzt die größe die die zeit habe sind schon ist schon was tolles so larven von so seltenen arten zu haben und jetzt gucke ich worin sie sich am besten entwickeln hier habe ich noch eine box mit alten flakes soll circa zehn monaten monate fermentiertes altes flakes oder noch älter mit holzstücken drin es hatten hirschkäfer zuvor als substrat und hier kommen dann noch drei eier rein die sind seit noch nicht geschlüpft aber ja dann gucke ich einfach mal in drei zwei monaten wieder rein und gucke wo die larven am größten sind und ja das war's mit diesem kleinen video leider konnte ich jetzt nicht so professionell mit stativ oder sowas tut mir noch mal leid aber ich hoffe so geht es auch mal gucke ich wo drin sie sich am besten entwickeln hier ist noch mal der prächtige kerl und ja wenn ihr keine weiteren videos mal verpassen wollt könnt ihr mich gerne abonnieren wenn euch das video gefallen hat könnt ihr gerne eine positive bewertung da lassen und ja dann sehen wir sehen uns beim nächsten video wieder ciao und 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 und